Musik 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 Ich habe jetzt hier eine Dame am Denkmal, die möchte gerne eine kleine Kohle. Das ist eine kleine Kunstaktion. Ich habe heute Morgen zufällig in der Zeitung gelesen, dass der Besuch hier vorbeiführt und dann dachte ich, weil mich das doch sehr mitnimmt, was momentan los ist in Bezug auf Aufrüstung international und dass die Presse teilweise, also manche Sachen kriegt man einfach, wenn man Tagesschau sieht, gar nicht mit. Zum Beispiel, dass Großbritannien gerade dabei ist, Panzer liefern zu wollen an die Ukraine und zu den Panzern dazu wird Panzermunition geliefert, die abgereichertes Uranium enthält. Und das finde ich ein absolutes Unding und für einen ökologisch bewussten Menschen, wie ich jetzt der Presse entnehmen konnte, wie das für Nick Charles ja einer ist, müsste er sich dafür einsetzen, dass das unterbunden wird. Dankeschön. 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 Oh. Noch mal wiederholen, bitte. Dankeschön. Danke. Machen Sie euch das gut und ich finde, dass Sie von Ihnen schon abnehmen. Wirklich, bitte. Ja, ist das eine einzelne Person oder mehr? Ich bin eine Person. Ja, ich bin eine Person. Ja, ich bin eine Person. Nein, zu Panzermunition mit abgereichertem Uranium. Ja, ich bin eine Person. Ich bin eine Person heute. Ich würde, dass Sie sich sagen. Nein, zu Panzermunition mit abgereichertem Uranium. Ja, ich bin ein bisschen schöner. Das wird auch ein bisschen anders als es ist, nicht voll gesehen. Genau. Ja. Das ist für mich fast empfunden. Wenn Sie direkt noch gut empfunden.